Ich begrüße euer Zeug in Völkx, in der Blade Chronicles. Wir sind hier auf der Suche nach dem Nopperndorf, glaube ich. Wir sind hier gerade im Wald von Magna und ja, haben im letzten Part Media kennengelernt und heute gucken wir uns hier so um und sind auch wieder so nach dem Nopperndorf. Im letzten Part haben wir ein paar Missionen, sehr schön, haben wir ein paar Missionen erledigt und dann sofort, was ist das da vorne? Hier im Wald, um ein bisschen Geld zu bekommen oder sowas. Das war auch ganz spannend. Was ist das hier bitte? Ist das der Eingangsdorf oder was? Seht ihr die Hängebrücke? Ist das der Weg zum Grenzdorf? Okay, sehr schön. Ähm, was bist du denn? Terraoga. Musst mir nicht so einen auch irgendwie besiegen? Ich glaube nicht, oder? Moment, Terraoga. Ne, das ist ja hier, äh, äh, Satora. Ups. Ja, die haben ja nicht alle geschafft, die von Magna. Gut, dann, die zwei muss man nicht besiegen. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in das Dorf rein. Das sieht sehr interessant aus, der Terraoga. Hi. Ich hoffe mal nicht, dass ihr mehr feindlich gesinnt seid. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, äh, das Nopperndorf da aufzubauen. Wo ganz viele von diesen komischen Viechern hier sind, die euch alle ganz einfach töten könnten, aber gut. Grenzt dort vielleicht da vorne. Schaut dort, wo das Licht ist, gleich dahinter. Okay. Alles klar. Dann gehen wir nochmal hin, würde ich sagen. Oh Gott. Lecklitz-Brachiat. Wow, ein Dinosaurier. Guckt ihn euch an. Das sieht ziemlich cool aus, auf jeden Fall. Also wie gesagt, geht euch jetzt in diesem Spiel einfach noch mega, mega gut gelungen. Grenzdorf, Eingang. So, hier können wir runterklettern. Oh, er hat eine neue Technik gelernt. Sehr schön. Das ist die Entrance zu Frontier-Village. So, dieses big tree ist, wo die Noppernden leben. Ah, Bird Lady. Welcome back, Bird Lady. Ich möchte sprechen mit dem Village-Chief. Will you permit uns zu enter? My Pleasure? My Pleasure? I shall take you to the Village-Chief. Follow me. I shall take you to the Village-Chief. I shall take you to the Village-Chief. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 My dear Melia, it's good to see you again so soon, and you look so well. And what of your men? They are at one with the Bionis. They sacrifice their lives so that I might escape. But this is not my reason for coming. These Homs need your help. Will you be so kind as to listen to their request? What could a Hum-Hom need of me? They require safe passage to Aerith Sea. I see no reason to deny them. And Melia, what of you? I have unfinished business in this region. Once these Homs are safely on their way, I shall be on mine as well. That girl. Something's troubling her. We found her half dead and all alone. But I don't suppose she'll tell us the reason anytime soon. Maybe we can help. I'll go and talk to her. Okay. Wow, das Dorf ist wunderschön. Wunderschön. Und die Musik ist auch... Oh, es sieht gut. Okay, Mission. Ähm, okay. Wow. Entschuldigung. Oh, das ist super. Entschuldigung. Ähm, okay. Ja, jetzt sollen wir so eine Terra-Urgabe siegen. Wundervoll. Gut. Dann werden wir das nochmal machen. Oh, guck mal. Händler. Was können wir denn schönes kaufen bei dir? Ähm. Magna-Kappe. Ach, guck mal. Der hat sogar schon eins drin. Der hat das Ding hier. Ähm. Ich kauf so einen mal. Ähm. Der ist halt viel besser als die anderen. Ich kauf so ein... Ich kann mir eigentlich... Oh, nur einmal leisten. Weil ich halt voll... Nein, ich will nichts kaufen. Äh, äh, ich bin nicht zurück, meine ich. Weil ich halt voll wenig Geld eigentlich hab. Das wäre hier ganz cool für Dunben eigentlich. Ja. So, was haben wir hier Schönes? Heilung 2. Das wäre für Shralla vielleicht ganz gut. Was hatten sie? Das wäre ganz cool für Shralla eigentlich, wenn man so guckt. Ja. Jetzt hab ich bald wieder kein Geld mehr. Ich kauf die auch einmal. Oh. Hier für... Dings. Nehme ich die einmal... Äh, was? Ach, okay. Für dich wären die aber auch ganz gut. Ich hab jetzt kein Geld mehr eigentlich. Ich will auch hier so ein paar kaufen. Beiß, Beiß. Rikis. Okay. Ich hab schon eine ganz kleine Vermutung, dass wir ein Opponent ins Team bekommen. Der Riki heißen wird. Weil das... Ich denk mal, dass hier... Riki tot. Äh, ich denk mal, dass hier sind keine... Ähm... Dings für ganz normale Menschen. Weil... So reden die ja hier deswegen. Ja. Okay. Ne, Quatsch. Ich wollte... Hier. Ausrüstung. Jetzt... Oh, jetzt hab ich mal vergessen, was ich irgendwie wie gekauft hab. Das ist... Ziemlich... Doof. Was ich für wen gekauft hab. Das ist... Das ist uncool. Man müsste es halt schon direkt ausrüsten können. Das ist so ein Problem. Aber das kann man halt nicht. Hab ich das hier gekauft gehabt? Ich mein, hast du... Ne, du hast nix in deinen Dings. Dann nimm den hier mal am besten. Einfach... Gott, das sieht dämlich aus. Pistis top. Okay. Ähm... Interessant. Interessant. Ich hab auf jeden Fall irgendeinen Top für Dings gekauft. Das weiß ich. Das hier kann das sein. Keine Ahnung. Und hier hab ich sogar einen schönen Sockel. Belebung ist für dich wahrscheinlich nicht so krass. Etzerangriff. Okay. Giftschutz ist hier ganz cool. Umwerfresistenz ist hier auch ganz cool. Ähm... Kampfesmond 9. Ja, nimm das einfach mal. So. Hab ich was für dich gekauft gehabt? Ich fahre jetzt gar nicht mehr. Ich weiß echt nicht, was ich es wirklich gekauft habe. Auf jeden Fall... Ich hab für irgendwen einen Armschutz gekauft. Das weiß ich. Ob das... Ich... Ich... Ich wollte gar nicht raus. Das letzte... Der Halten steht da immer oben. So. Hab ich für irgendwen hier so einen Kopfschutz gekauft gehabt. Für irgendwen. Maybe. Ach, der war aber schon... Hab ich für dich einen besseren gekauft gehabt irgendwie? Ähm... Der wäre halt für alle viel besser. Was heißt denn du momentan für... Wo sind... Ach, hier ist deins. Ähm... Du hast da 252. Haaaah... Das erhöht sich ja auch ziemlich stark. Dann nimm das hier. Oder hab ich das für irgendwen anders gekauft gehabt? Weiß ich nicht. Nimm es halt einfach. Komm. So. Hier hab ich... Hier mach's... Genau. Für dich oder für Rayna hab ich den gekauft. Ich... Ich... Ich hab mal dir... Bei... Oder hast du... Hast du bei deinen... Ne. Du hast bei deinen... Deinen Steine Stülpen kein... Äh... Dings drin. So. Hast du da einen Trinner bei deinen Stülpen? Ja. Brandschutz 2. Ja. Du... 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 Du behältst ihn eh. Oh. Hey. Wie soll ich denn hier zwei leere Socke? Was ist denn da los? Hab ich da irgendwas... Äh... Falsch gemacht? Hab ich da mich rausgenommen? Ich... 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 Neue... Äh... Steinehals. Neue... Neue Juwelen heißen die genau. Ah. Jetzt hab ich auch einen für dich hier. Sehr schön. Den ich ja auch einpacken... Äh... Reinpacken wollte. Das ist eine gute Sache. Ja. Okay. Dann... Wumms Wumms. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns ein bisschen um. Würde ich sagen. Ich find's ja auch cool, wie hier einfach so ein paar Texte mal aufploppen und so. Ach, wenn... Ach, hier über der Eingang... Ich muss ja hoch zu Dingen. Deswegen... Geh ich da mal auf, würde ich sagen. Ach, die Musik ist so gut hier. Das ist einfach nur wunderschön. Ganz ehrlich. Einkaufsstraße. Wow. Na, was hast du hier? Äh... Lieber... Typ. Äh... Besiege den Frühlingswind Solos. Windmühle... Okay. Hoffentlich... Find ich den irgendwann mal. Weil wir brauchen eigentlich das Geld durch die Mission. Da, 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 da. Die Musik ist super. Wie viel... Wie viel neue Orte es einfach gibt. Das Dorf ist so schön. Überall diese Lichter... Es ist einfach so schön. Oh, wie kann man eigentlich... Ich finde auch, die Noppern ist voll süß. Und so, dann sofort... Es ist einfach... So schön hier. Oh, dieses Spiel ist einfach so toll. Es ist einfach nur... Ähm... Unglaublich, wie toll dieses Spiel ist. Wie gesagt... Also, mein einziger Kritikpunkt bisher... Ist, dass manchmal die Kämpfe ein bisschen seltsam sind. Und die Tutorials manchmal ein bisschen komisch formuliert sind irgendwie. Das ist auch ein sehr... Großer Kritikpunkt für mich. Rickys Haus. Da haben wir den auch schon. Der wird... Der wird bestimmt irgendwie für uns... Noch eine Rolle spielen. Vor allem, weil man hier das dafür den kaufen kann. Der spielt bestimmt noch eine Rolle irgendwann mal. Irgendwann. Lekur. Wie schön das hier ist. Und wie idyllisch. Ist das so toll? Ist das einfach so toll? Ja. Ach ja. Städte der Mysterien. Aha. Interessant. Hier draußen ist mein Ziel scheinbar. Ich muss mich auch noch mehr hier umgucken. Verzeihungsraum. Mhm. Interessant. Seid der ersten Home-Home-Dialo kommen. Äh. 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 Okay. Interessant. Ja. Ich würde sagen... Oh. Jetzt noch ein Uniegespräch. Die haben bestimmt alle mit diesem Rick hier irgendwie seine ganzen Uniegespräche. So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier raus und gucken mal, was es so gibt. Erstmal gucken. Set. Und Kratzin-Start. Melia, du bist willkommen mit uns. Ist das wahr? Waren du allein in der Forrest? Das Ding muss be stopped by meine Hand. Das ist meine Pledge zu denjenigen, die sterben. Ist es... Wounded? Ich sehe. The Telethia is hurt and lies in rest. Wounded by a girl. Wounded by a girl? You don't mean you're going to fight the Telethia? How do you know of the Telethia? When I went to collect the Aether Crystals, some Telethia attacked me. I managed to destroy them and get away. You defeated Telethia? Who... Who are you? The Monado. So that sword can... To tell the truth, they were the Telethia's spawn. Someone told me the primary Telethia is healing somewhere in the forest. It was you, wasn't it? You hurt the Telethia. It... Melia. The Telethia escaped from our homeland and I am tasked with killing it. It cannot remain free. For the sake of my people and the Nopon, it must be stopped. Melia. We can help you defeat it if you like. Out of pity? No. Why then? It's just... I... I want... Speak, Shulk. Or I shall be forced to summon the Nopon chief to interpret for me. I... Would like to help. What could you possibly gain from aiding me? I saw it. At the top of a black tower. You and I were fighting together. Fighting that faced Mekon. I also saw you fighting a huge Telethia. It threw me the first time and all. Forgive me, Shulk. But what are you talking about? Shulk can see visions of the future. See the future? And you expect me to believe this rubbish? Believe what you want, lady. Same as I tell all the non-believers. That'll be me, then. Oh, yeah. In any case, the only reason we got this far was because of Shulk's visions. If Shulk says he saw you in a vision, then you must be important to whatever happens next. And if you're tough enough to fight a face Mekon, you're all right in my book. You've got my vote. A lady should not go unaccompanied onto the battlefield. Excuse me? I... I am quite capable of dispatching the beast alone. I require no assistance of any kind. My dear, I apologize, but I could not help overhearing. Their offer sounds quite reasonable. The danger extends much further than our small dwelling. Makna itself is at risk, and we shall provide you with the finest warrior of our clan. Chief Dunga, I... No need for thanks. He is the equal, if not better, of the hum-hum. You do know we're listening? The chosen Nop-on-hero will await you below. I shall go ahead and prepare him. Please excuse me. A Nop-on-hero? Now this I have to see. Don't be like that. Let's meet him first. Hmm, ich frage mich ja, wer das sein könnte. Bestimmt nicht, dieser Riki. Nein, bestimmt nicht. Äh, ich bin auch schon mal ganz spannend, wer das sein wird. Ähm, ich würde sagen, wir haben doch einen Reisepunkt bei Rikis Haus, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da hin müssen. Deswegen, oh Gott, wie viele Dings das einfach hat. Ist das hier? Ja, hier ist es. Äh, wow, okay, wir müssen noch weiter runter, alles klar. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir noch weiter runter. Hui. Also echt schön hier, definitiv. Fällt mir richtig, richtig gut. Geh aus dem Weg. So. Ich frage mich aber dann auch, ob wir unser Team komplett haben, wenn wir diesen Riki haben und Melia haben. Also, ja, das ist das ganze Team, dieses Spielzahl, die Gruppe, die Reise, wie auch immer man uns bezeichnen möchte. So. Äh. Hier ist kein Weg. Oh, der Soundtrack ist so gut. Das ist einfach unglaublich. So. Äh. Da, ich, 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 ich sehe schon, damit er da ist, der Häuptling. Oh, das ist eine Missione, oder? Habe ich dich vorhin nicht schon gefragt? Ach, der hat, hat doch mehr für mich. Ah. Okay, alles klar. Dann, nehmen wir noch ein paar, würde ich sagen. Okay, das war, das war jetzt alles. Ja, gut. Hi. May I introduce... Herapon... Rikki! Yay, Rikki! Oh, herapon! Watch out! Get off me! To you! Ryan! Take this, Vubble! Oh, herapon! That's not good. Herapon! Herapon, fight back! Herapon, chop, chop! Herapon, go forth! Get up, get up! Herapon, make no one proud! Silence! I introduce to you, this year's legendary Herapon, Rikki! Rikki, live to serve! A herapon, you say? Not sure where you'll come in handy, but the more the merrier. Chil, are these Telethia as strong as they sound? Yes, they're quick as lightning and can read your mind. A mind-reading giant bird? No problem. I can see their movement through the Monado, but even that's not enough to get the better of them. And we're going up against the Daddy version. No one blink for a second. Okay. Eyes wide open. And don't forget that Melia is our only chance of making it to Aerith Sea. If anything happens to our guide, it's on our heads. The Telethia is our target. But don't forget about the person standing next to you. Dunban's right. I am... in your debt. My weaknesses are all too apparent. No worries, Melia. Rikki has been informed of the Dino Beast. What you refer to as the Telethia. Be safe, my hom-hom friends. Rikki's friends, listen to Rikki. Dino Beast is big and scary. Friends, get ready. Friends, help Rikki get ready. You want us to get equipment for you? Rikki's friend, right. Hom-hom clever. Friends meet Rikki when ready. Then, friends and Rikki leave together. Big attitude for a furry footrest. Dino Beast is big and scary. Great. That'll come in handy. Is it just me, or did we suddenly become Nop-On mercenaries? Oh god, I... Oh god, I... Oh god, I... Ich hoffe, ich... Ich hoffe, ich... Oh please. Ich hoffe, ich vergesse nicht, in den Cutscens mein Lachenstimmen zu schalten. Die Cutscens war super. Oh Junge. Oh, ich dachte, ich kann den Elchen ausrüsten. Was? Was war das? Oh, die Cutscens... Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, die Szene war super. Oh Junge. Ich liebe dieses Spiel. Oh Junge. So. Ähm. Kriegerknirscher. Nice. Ah, das war's schon. Nice. Komm, wir sind jetzt noch eine Cut-Scene. Ready to go! Come new friends! Rickys adventure begins! Ricky, you do know where the Teletia is, don't you? Of course Ricky know. Nelly, Ricky hear you hurt Dinobeast. I did. But only a little. When Dinobeast hurt, Ricky know it go to place with Aether Crystals. Friends and Ricky go to place with Crystals. Then we find Dinobeast. Chief, tell Ricky. Chief, always write. So you do know a thing or two about this monster. Guess we'll be searching for some Aether Crystals then. Ricky, why are you the Heropon? Why? Because Chief Dunga choose Ricky. He chose you. So you weren't chosen from birth. Friend, wrong. Chief choose by instinct. By instinct? Why, friend, surprised. Chief have sharp instinct. Chief be village seer. So that's how you became the Heropon. Can't argue with that. But he is kind of... compact. For a warrior hero. Oh, Ricky owe lots of money to village. If Ricky defeat Dinobeast, village promise to forget my debts. So Ricky like being Heropon. Oh, Junge. Ähm, gucken wir mal, was der kleine Heropon dazu kann. Okay, hier würde noch ein Charakter eigentlich hinpassen, wenn man mal so guckt. Also, eventuell bekommen wir noch einen coolen Charakter. Sollen wir noch irgendwas cooles, was du irgendwie tragen kannst oder so? Ich denke mal ja nicht, wahrscheinlich hat er... Ja, und oben passt auch noch ein Charakter hin. Also, ich denke mal, wir werden noch einen bekommen. Also, einen. Maximal. Wenn wir nicht schon vollständig sind. So. Frost-Angriff ist mal ganz gut von der Waffe, denke ich mal. So, hier haben wir noch was. Giftschutz müssen wir einfach mal. Ich finde das halt jetzt schon super, dass der Witz ist mit von der Party. Der wird bestimmt auch ein bisschen, ähm... mehr Witz in die ganze Gruppe hier bringen können. So. Haben wir jetzt hier noch irgendwelche Talent-Polmes? Äh, äh, Talent-Bäume. Talent-Bäume, äh, Verknüpfungen vorzubereiten. Hier würde auch noch einer hinpassen. Deswegen denke ich mal, wir werden bestimmt noch einen bekommen. Irgendwann. Ja, jetzt ist nur die Frage, wer wird das sein? Das ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Eine sehr spannende Frage. So. Oh, Junge. Der Hero-Pon. Ah ja. So. Ich will was sagen, dass wir uns im nächsten Part von Xenoblade Chronicles dann, äh, wiedersehen. Und wir... Da dann mal gucken, äh, wie das hier alles weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wie die Story mit unserem Hero-Pon-Freund weitergeht. Oh, Junge. Ja. Ähm. Bis dann und ciao. Euer Vero. Tschüss. Du soll. ерт West상. Die Series ist auf. Ich bin ja. Du soll. Ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020